Schöne Aktion, da müssen Sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Für Sie läuft das Spiel absolut nach Plan, die Führung jetzt. Konzept geht auf, Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Er geht hier vorne weg mit dem Treffer, kann man doch so sagen, oder Buschi?